Musik Nicht mehr lange, dann kommt der Weihnachtsmann Mit dem großen Sack, mit dem großen Sack Nicht mehr lange, dann kommt der Weihnachtsmann Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern Seid ihr auch so aufgeregt? Ich bin es auch und ich freue mich aber auch genau das richtige Buch heute euch vorstellen zu dürfen Ich danke Henning Löhlein, der eine ganz zauberhafte Geschichte über den Weihnachtsmann geschrieben hat und das in einem ganz kleinen Buch Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Geschichte Der verwechselte Weihnachtsmann Eine Geschichte von Henning Löhlein Und schon wieder war es soweit Und wie immer war der Weihnachtsmann auch in diesem Jahr etwas spät dran Na dann, nichts wie los, denkt er sich Reine Hose, Jacke an, Stiefel anziehen Und den Sack nicht vergessen Er läuft über Stock und Stein durch den Märchenwald Bis plötzlich Eine Katze vor ihm steht Weg da, platz da aus dem Weg Weißt du nicht, wer vor dir steht? Na, das ist doch klar Mit solchen Stiefeln Du bist der gestiefelte Kater Der Weihnachtsmann glaubt es nicht Und läuft schnell weiter Über die Berge Durch den Wald Bis plötzlich Ein Häschen vor ihm steht Weg da, platz da aus dem Weg Weißt du nicht, wer vor dir steht? Einer, der so einen großen Sack mit sich herumschleppt Du musst der Osterhase sein Nein, nein, nein Ruft der Weihnachtsmann Und macht sich weiter auf den Weg Er läuft über Hügel und Wiesen In ein kleines Wäldchen hinein Als plötzlich Ein Wolf vor ihm steht Weg da, platz da aus dem Weg Weißt du nicht, wer vor dir steht? Der Wolf leckt sich die Zähne und sagt Natürlich weiß ich, wer du bist Du bist Rotkäppchen Und ich bin der böse Wolf Der Weihnachtsmann glaubt es nicht Und fängt langsam selber an zu zweifeln Wer er eigentlich ist Doch ein letztes Mal sagt er Nein, nein, nein Ich bin nicht Rotkäppchen Und macht sich weiter auf den Weg Langsam wird es dunkel Und der Weihnachtsmann kommt in die Stadt Da sind viele Leute Aber keiner beachtet ihn Sie sehen ihn einfach nicht Bis Die Kinder laut rufen Hurra, hurra Da ist er ja Der Weihnachtsmann ist da Ui, der hat's aber eilig Naja, kein Wunder Bald nun ist Weihnachtszeit Der Weihnachtsmann muss sich beeilen Und meine Kolleginnen und Kollegen Der Kinder- und Jugendgebiet Wünschen euch allen Ein wunderschönes Weihnachtsfest Wir danken fürs Zuschauen In diesem Jahr Und wünschen, dass alle gut In das neue Jahr hineinkommen Stellvertretend für alle Fröhliche Weihnachten Eure Karren Eure Karren Eure Karren Eure Karren